ja willkommen zurück leute da sind wir schon wieder ich habe immer noch das gleiche wie gestern nein quatsch hier man das anders ist nur schwarz deswegen sieht man es nicht ja wir machen direkt weiter ich weiß gar nicht wo wir aufgehört haben genau der hier war fast verreckt hier drüben kam man nicht hoch da war noch mehr tiberium wir waren dabei irgendwas zu bauen relativ viel zu bauen hier unten kam man nicht lang hier kann man nicht lang die einzige wächter unserer basis sie hier lang und für alles andere haben wir dann natürlich noch wunderbar kleine feine stört nur dass ich so wenig also was habe ich hier nicht gewollt ich habe eine power plant ich habe eine tiberium raffinerie ich habe die hand von not ich habe das silo ich habe das radar ich habe die factory ich habe die die war ja gut das egal das egal das egal den laser kann ich aber der bringt mir auch keine neuen tollen dinger das mobile sensor array warum kann ich das bauen doch nicht doch noch wegen warum stehen die ich verstehe das nicht jetzt kommt die wir richtig gesehen haben nix bei raus da oben ist auf jeden fall schon mal eine brücke wenn die gäste das einzige was ich da machen kann ja diese brücke gehen laufen wir mal da rüber ich gebe den hier auch ja du mit deinen insufficienten fonds oh ja du mit deinen insufficienten fonds ey base in the south what and what 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 was his man oh oh okay okay ich verstehe darf nicht gesehen werden darf nicht gesehen werden von denen richtig dumm die frage ist was die jetzt für eine range haben das kann ich herausfinden nämlich so ein ding bilder und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, das ist doch komplizierter als ich gedacht habe Apparantly Bringen Sie die dann eigentlich komplett sinnlos Wie ich das jetzt richtig sehe Der Laser bringt mir auch nichts, genauso wie das Pavement Strom habe ich auch genug, das bringt mir alles nichts Ich brauche diese Mobile Miss Sensor Array Um zu gucken, wo die Gegner sind Und dann mit der Artillerie Unit ready Sir, orders received Unit reporting Unit reporting Unit ready Unit reporting Unit reporting Unit reporting Unit reporting Bei ihr seid nicht, trainiert Dass über diese Brücke komme ich nicht drüber. Ich speichere mal vorher. Ich weiß nicht, was die Range von den Dingern ist. Oh, komm ich da lang? Komischerweise nicht hier lang. Sir? Auf den Weg. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Stand by. Unit bereit. Ja, Sir? Stand by. Unit bereit. Ordnung. 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 Sir? Ja, Sir? Tja, sobald die mich sehen, ist glaube ich vorbei, ne? Ist das jetzt so? Find and destroy the sensor towers without getting too close and getting detected. Stand by. Unit reporting. Waiting orders. Unit ready. On my way. Yes sir. On my way. Moving out. Unit reporting. Moving out. Unit reporting. Konstruktion complete. Komme ich bis da? Sir. On my way. Yes sir. Unit reporting. Yes sir. Unit reporting. So, hier hätt ich das Ding Teele British in range. Waiting orders. Ready? Waiting orders received. Order received, Sir? Let's see. Let's see what we can do. On my way. Cyclo is near. Gar nicht wahr, außerdem ist das Ding gerade mal halb voll. Ist ja doch kein Scheiß. Waiting orders. Order received. Unit reporting. Unit ready. Yes sir. Yes sir. Oh, wir haben die denn jetzt für eine range. Orders received. Unabhängig. Geil, der trifft ihn sogar. Geile Scheiß. Es geht sogar. Okay, damit kann ich nichts rausfinden. Perfekt. Okay, damit kann ich nichts rausfinden. Perfekt. Bam. Nice. Oh, ja, das war nett. Das war super nett. Unit reporting. Unit reporting. Unit reporting. Awaiting orders. Sir, orders received. Oh, hier wird's auch hoch gegangen, deswegen. Unit reporting. Unit reporting. Unit reporting. By your command. Sir. Unit reporting. Sir. Nächster ist da hinten. Yes sir. Yes sir. Moving out. Yes sir. Unit reporting. Yes sir. Okay, reicht noch nicht. Weißt doch, ich kann mich in dem anderen Bereich hier noch rauskoben. Weißt doch, ich kann mich in dem anderen Bereich hier noch rauskoben. Das ist schon wieder eine Tür. Und auf. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Moving out. Yes sir. Yes sir. Orders received. Die Tür kommt wieder oben hin. Das ist eine abgefahrene Mission, ey. Das klingt sich nicht so weit aus. Yes sir. Ja, Sir! Alright, dann, äh, wie weit ist das noch? So ein Stück. Oh, da ist aber auch ne Basis von denen. Ich speicher mal vorher, bevor ich den da hinfahren lasse. Ich weiß halt nicht, wohin mit dem Geld, ne? Soll ich mir kaufen? Unit reporting. Oh, der ist gerade drin. Unit ready, yes, Sir! Unit reporting, moving out! Oh, der von ist hingeschossen. Perfekt. Oh, die nehmen den Sammler. Woops. Nice. Ist das schlimm? Bis. Bis. Was? Jetzt haben sie mich doch gesehen? Ich darf vielleicht den Dingens nicht kaputt machen. Komm wir machen mal richtig sneaky hier. Wir machen sneaky sneaky sneaky. Wir machen voll nach Schema F. So jetzt machen wir hier safe. Ich teste jetzt mal was. Oh shit. No problem. No problem. No problem. No problem. Unit lost. Ready. Let's get your party up. Unit lost. Unit reporting. Moving out. Yes sir. Unit ready. Affirmative. You got it. You got it. Yes sir. On my way. Stand initiated. Affirmative. Processing. Waiting orders. Yes sir. Unit ready. Affirmative. You got it. Affirmative. Processing. 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 Mission failed. Das, Alter, wie schnell das Ding da ankommt. Das ist ja richtig krass. Heftig. Okay, das darf quasi gar nicht passieren. Ich darf das da oben nicht triggern, sonst hab ich eigentlich... Eigentlich hab ich dann instant verloren. Weil da komm ich nicht so schnell hin. Auch mit Artillerie nicht. Das ist äh... Schon interessant. Das ist schon interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Ähm... Ja, komm. Wiederholen. Nein. Blah. Lord game. Und ab geht die Luzzi. Komm. Laden. Lord. Dankeschön. Und ihr fahrt nicht da lang. Peace. Unit reporting. Yes sir. Relating orders. Unit reporting. Orders received. Yes sir. Unit reporting. Unit ready. Sir. On my way. Sir. Nice. Plating order. Okay. Das war der da oben. Die Range geht bis hier, das heißt, ich müsste noch ein Meterchen weiterlaufen. Hier so hin. Ah, immer noch nicht. Ein bisschen weiter noch. Das würde passen. Ich weiß nicht, ob der mehr Range hat. Das dritte Ding kaputt und dann müsste das eigentlich doch funktionieren, dann haben wir zumindest das irgendwie hinkriegt. Sir, on my way. Sir, gut as done. Und dann haben wir doch... Objective Run, Objective One. Move on the base and capture the medical colony. So, ich glaube, das macht Sinn. Das ganze Geld einfach mal auszunutzen. Wann habe ich den angefangen? Zehn nach. Dann bin ich ja noch fleißig dabei. Weil den kann ich ja jetzt easy ausschalten gleich. Jetzt baue ich mir jetzt mal eine kleine Armada, damit ich dann... Ich weiß noch nicht, wo ich zur Base komme, aber entweder ist die hier oben. Weil bei der Base fängt ja hier an, die ist ja hier unten gewesen. Die Frage ist, ob ich hier oben das machen muss, weil da steht... Once inside the base, the capture of the mutant female should be easy. Das heißt, die Basis hier unten muss ich angreifen. Das heißt, ich gehe hier unten rum. Hier unten komme ich bestimmt hier runter und kann dann hier auf die ganzen Dinger gehen. Okay, okay, okay. Ich muss halt hier oben rumlaufen dann. Verstehe. Ja, dann kriegen Sie jetzt eine gesamte... Armada an... Dudes. Wie viel Geld das kostet? Wie teuer sind die denn? 800, okay. Und die? Oh, 650. Na, toll. Na, jedem herrn Spaß, ey. Dass die so teuer sind, hab ich jetzt irgendwie nicht im Kopf gehabt. Unit ready. Unit ready. By your command. Let's mal so ein paar Tanks da bauen. Ich hab hier so viel Tiberium, ne? Dann später ist hier auch noch ein bisschen was. Und... Oh, wir sind auch noch ein paar Diz. Die hab ich jetzt vergessen. Die ist auch noch mehr als genug. Die ist auch noch mal so 30, 40.000, wenn nicht sogar mehr. Also, äh, ganz easy. Unit ready. Ganz easy. Und die wollen wir nicht, wir wollen ja so ein paar Buggies. Und hier vom Bomber noch mal gepacken. Warum denn eigentlich nicht? Dann hab ich zumindest hier so eine kleine Bar, so eine kleine, die Basis, so eine kleine Armada an. Na, kleine Armada an Gegner. Sind wir es an Einheiten? Mit denen krieg ich doch wohl eine Basis eingenommen, würde ich mal sagen. Oh, ja, die haben sogar noch mehr Range. Krass. Ach, wie geil. Full Area Map Generation downloading now. Geil. Richtig geil. So, wie komm ich da hin? Hier komm ich gar nicht lang. Aber die paar, die könnte ich mir ja immer eben schnappen. Hier sind ja wohl Kanonenfutter. Klopp. Töö. 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 Ah, der eine ist zu weit. Ärgerlich, der eine ist zu weit. Doof. Unit ready. On my way. Orders received. Good as done. Uff. Und die nehmen wir auch noch mit. Einfach nur, weil was können. So, die Basis, was haben wir denn hier für die Basis? Aha, aha, aha. Der Zug würde hier hinfahren und hier abhauen. Das heißt, hier unten ist das der Civilian Hospital. Das heißt, ich müsste mich von hier unten ran kämpfen. Wie komme ich da hin? Ich kann hier lang laufen und kann mich hier durchkämpfen. Okay. Ich verstehe. Das heißt, ich nehme meine Artillerie und still die hier hin. Ich nehme meine Artillerie und still die hier hin. Und komme mit allem hinterher, was ich sonst noch so habe. Die Frage ist, ab wann da oben die Basis hier getriggert wird. Jetzt ist es natürlich schwierig, etwas zu finden. Und nur noch speichern für alle Fälle. Schade ich ja nie. Hat noch keinem Level geschadet. Einfach mal ein Safe-Game zu machen. Das geht schon mal. Wen hat der jetzt geschossen? Ach, auf den da hinten? Was? Oh, was der eine Range hat? Okay, so wird man die auch los. Wo schießen die jetzt? Ach, auf die Einheit. Krass. Da ist ja nicht mal Deckung, ey. Die zerlegen die ganze Basis. Oder wie sehe ich das? Ach, scheiße. Gesehen. Gesehen worden. War schon. Rush B, Rush B. Damit ist die Mission abgeschlossen. Boah, das ist ja mega einfach. Du brauchst nur durchrennen. Puh. Ja, okay. Das war ein bisschen zu easy, ey. Ganz ehrlich. 20, 30. Ja. Das war ein bisschen easy, ey. Ganz ehrlich. Das war ein bisschen easy. Na ja. Vor allem sieben Minuten. Haha. Jetzt haben wir das Dingens. Okay. Jetzt haben wir die komische Tante gefangen genommen. Was machen wir jetzt mit der? Ich mein, Kane wird die wahrscheinlich jetzt nicht so nett behandeln, hab ich das Gefühl. Das war's. Sickening specimen. Strong nonetheless. Warte. Sie weiß, sie weiß, was sie weiß. Was ist sie tun? Sie hat ihre Karotterin gegen ihre Spiegel. Ich habe sie in den Kampen gesehen. Sie wird weggelebt. Sie wird sterben. Intervene! Warte. Das Tracking-Device hat aktiviert. Sie wird uns, wo wir gehen wollen. Umugan hat uns zu den Mutanten-Headquarters hier in der Norden. Sie werden die GDI-Forsche attackieren. Die Mutanten werden die GDI-Forsche vergrößern. Und wir werden ihre Unterstützung bekommen. Wir müssen erst einmal eine kleine Gefängnis-Initiativ-Outpost hier. Und nutzen sie für unsere Attacken-Unden. Good luck. GDI. so ne sau so ne sau geile scheiß okay viel zu leute stimme 1 in 3 2 control of the mutants is in our grasp their headquarters is located to the north of your drop-off position the gdi units you will need to implicate in this deception occupy a small base to the south west do not more the brotherhoods name any further allow the blame to fall squarely on salomon's shoulders so fiese pläne ich liebe es mit denen spielt sich viel viel besser weil die haben einfach die richtig fiesen fiesen pläne das macht viel mehr spaß weißt ja so das ist einfach geiler einfach eine geile nummer ich kann mein telefon aufladen macht aber parallel so und dann starten wir das mal capture the remaining gdi structures within this base to build a force to capture traitors save game wer ist denn jetzt alles meins äh eins warum ist hier ein tor ist komplett bescheuert mit den tiberium garten weißt ja so wir senden wir uns jetzt die gdi i love it und reparieren und wichtig ist natürlich eine tiberium raffinerie und offensichtlicherweise noch so ein paar von den disk die sind sowieso viel geiler und da ist doch irgendwas ich dass doch noch etwas merkwürdiges passiert wenn da sich hinter kein geld habe für das das kostet 2000 das reicht so toll sind die an die geil hier voll den gdi fake kram kann ich die unit ready unit ready unit ready unit ready instruktion complete und 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 wenn ich hier hochfahre ist hier oben noch tiberium überflüssig und hier ist die karte auch zu ende das heißt das ist auch komplett überflüssig und der kann schon mal dahin der wird also schon mal weiter ich überlege nur gerade wo ich die tiberium raffinerien stelle baue ich die hier hin damit er hier schnell ist und dann später hier schneller ist oder baue ich die oder würde ich die hier hin zu bauen aber da macht die überhaupt keinen sinn das hier ist schon mit äh bester platz new construction options new construction options ich brauche mal ein radar ah ok war ganz gut unit ready unit reporting infantry reporting ach so wir können nochmal ein medic bauen ich speichern der stelle nochmal das sieht ja aus als wäre es eine ziemlich geile mission ich hoffe die karte ist nicht so mega riesig wir werden sehen und wir machen jetzt doch mal cut tatsächlich naja jetzt müsste es halbe stunde ziemlich genau gewesen sein von daher ja level geschafft und wir sind im neuen schon immerhin ein bisschen was gemacht wir sehen uns gleich also ich mach gleich direkt weiter wir sehen uns erst in der nächsten folge dann wahrscheinlich übermorgen oder montag wenn es eine freitags folge war haut rein